Musik Ohne uns können Tisshockey-Spieler in der Swiss Life Arena kein Tisshockey spielen, wo wir den Boden unter einem Eis machen. Ihr könnt keinen Sport machen in den Turnhalten, wenn wir den Boden nicht richtig einbauen. Suchst du eine Lehre, die interessant, präzise und aufregend ist? Dann stellen wir dir heute den Beruf Industrie- und Unterlegsbodenbauer vor. Musik Das ist ein Überzug, den wir heute gut verdichten. Der besteht aus Wasser, Zement und Sand, damit ihr nicht in den zweiten Stock runterfallen. Ich möchte hier die Basisschicht machen, damit der Parkettleger und der Plättileger im perfekten Untergrund sind. Musik Das ist die Endschicht und die bauen wir in Büros, Wohnungen und Industrie ein. Andere wichtige Tätigkeiten sind die Saugen, um Staubartikel zu entfernen. Musik Wir wischen den Boden, damit wir die Poren füllen und die Haftung entsteht. Musik Und dass man nach der Lehre eine grosse Zukunft hat in diesem Beruf. Tschüss zusammen. Musik 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 Musik